Friederike Kempter und Jeff Young, gleich in der Ara-Schmizu. Helmut Charlotte und Band, gleich gibt's Musik von Jeff Young, aber jetzt freue ich mich auf eine zauberhafte Kollegin, meine Damen und Herren, die kommt auch aus der Nähe von Stuttgart, wer das gedacht ist, nicht mehr zu hören, weil ihr auch seit vielen Jahren natürlich unterwegs, aufgrund der vielen Dreharbeiten, unter anderem, meine Damen und Herren, gehört sie zum Ensemble des erfolgreichsten Tatorts im ersten deutschen Fernsehen, des Tatorts aus Münster und sie ist nominiert für den deutschen Filmpreis am kommenden Wochenende. Herzlich willkommen, Friederike Kempter. Das war doch schon mal so ein verrückter Auftritt, wie man ihn sich vielleicht auch zurechtlegt, wenn es bei der Preisverleihung heißt, Gewinnerin ist, Friederike Kempter. Beschäftigt einen das schon die Woche, die Tage vorher? Schon. Also ich bin seit zwei Wochen auf Valium, also eigentlich, also wenn ich jetzt hier gleich... Ja? Ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Also ich stelle mir, also die Dankesrede habe ich seit ich zwölf bin, aber die war für die Oscars, also ein bisschen, Gott ist mittlerweile raus. Ja. Achso, okay, ja, ja. Mom, Dad, Family. War nett bis dato. Also von daher, also die Rede habe ich. Also mir haben alle gesagt, bitte überleg dir eine, so eine Danksagung, sagt man die Danksagung? Ja, gibt es eine zeitliche Vorgabe? Achso. Am Ende geht es 15 Minuten. Ja, das ist okay. Denn dann kürze ich das. Ja, die anderen fassen sich kürzer. Ja. Und das heißt, du bist aber ja im Bild zu sehen mit den Mitbewerberinnen. Auch natürlich alles wunderbare Kolleginnen. Wunderbare Kolleginnen. Und man ist ja dazu verdammt sozusagen, ja, welchen Gesichtsausdruck zu haben. Genau. Also ich stelle mir eben vor, Margarita, die ist wirklich großartig. Also ich glaube... Oh, grüße bitte. Ganz toll. Ich glaube, dass Margarita gewinnen wird und ich habe also schön geübt. Wir wollen das alles neutral halten, sonst sieht das aus, als wüsste man schon was. Ach so, stimmt. Wir sind ja nicht auf einer Schweizer Bank. Ja? Stimmt, das stimmt. Aber also rein vom Gefühl. Okay, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Okay. Mein Bauchgefühl. Also ich könnte mir vorstellen, ich würde mich freuen. Ja, natürlich. Ich würde es ihr wünschen. Mir auch. Ja. Egal. Und dann, also jetzt angenommen, gesetzt den Fall, Margarita gewinne. Ja. Gewinnte? Ich glaube, gewinne. Egal. Jedenfalls, also sollte sie gewinnen, dann mache ich so. Hey! Ja. Aber nein, aber warte mal. Nee? Ja, oder vielleicht noch, wenn sie im Gang hinter dir sich vorbei aufspringen und sich schnell an sie ranhängen, um sich ein bisschen mitschleifen zu lassen, auf dem Weg zu blühen. Nein! Nein! Ich will den Preis! Ja, ja. Hast du den Partner mit dabei für das dankbare Familienküsschen, bevor du dich dann so, die Partner werden immer so, so geküsst, dann für die Fans und erst bedankt man sich bei Erwin, der zu Hause spült, der bei der nächsten Preisverlangen eh nicht mehr dabei ist. So ist die Branche! Das sind nicht wir, das ist das Schicksal. Okay. Oder? Ja, da, da, da. Oder willst du mal ausrasten und sagen, ich kotze gleich, wieso habe ich schon wieder nicht gewonnen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirst du da ausgestattet für den Preis? Mit Schmuck und wirklich? Auch von so Designern und so? Wo ist das immer so? Deutsche Designers sind das? Neue, Junge? Rena Lange? Auch Rena Lange, kann man sagen. Ja, aber es gibt auch viele andere. Manche haben Lucchi, Futschi, Gucci, Lala Berlin. Und diese Labels heißen auch so verrückt. Komm, komm, de jeunes rief, Kaviar Gouche. Ganz kultige Titelnamen. Früher sagten wir einfach, hallo, ich hätte hier eine Kiste Möd, ja. Aber heute, heute oder wir Düsseldorfer sind natürlich neben noch eine Witwe. Verve Clicquot. Ah. Aber früher gesagt, wenn wir die Schwarzkohle in der Schweiz abgefeiert haben, darauf eine Witwe, Stößchen. Aber heute ist das ja natürlich, und du hast Rena Lange. Ja. Das ist, glaube ich, sehr schick, oder? Kannst du schon verraten, wie das Kleid aussehen wird? Äh, ich glaube, die Farbe ist Pfirsich. Ist das eine Trendfarbe? Ich weiß, keine Ahnung. Oder Lachs. Pfirsich oder Lachs. Oder rosa. Und in deinem Fall kann man ganz klar sagen, das Kleid, nicht die Haut. Ja, die, ja. Denn da haben wir auch schon andere Fälle erlebt, bei unserer U-Mädchen, für dieses Kleid sollst du eher zentralafrikanische Wurzeln haben. Also, damit die Farbe einfach passt. Ja, 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 ja. Oder? Es gibt gewisse Farben, die passen zu Wiesenten. Und ist es kurz? Ist es eine Schleppe? Ach so, eine Schleppe. Lang. Ich glaube, lang. Es gab, glaube ich, auch eine Kleidervorschrift, oder? Ein Dresscode. Dresscode? Dresscode? Dresscode heißt? Ich habe den Dresscode bei der Siegfried und Reuscher in Las Vegas gelesen, das heißt, keine Badehosen. Wirklich? Wirklich? Ja, no swimming trunks an der Tür. Mindestens ein Handtuch. Ja, aber der Dresscode, die Männer auch schick? Oder noch so ein bisschen später Bären? Die interessieren mich ja nicht. Mit Tonschuh und zum Smoking oder so. Ja, das interessiert mich ja nicht so. Aber du siehst sicher sehr schick aus. Das weiß ich, ich hoffe es. Ich drücke dir sehr die Daumen. Ich drücke allen die Daumen. Ich auch. Wir wollen neutral werden, aber du, du würdest dich gut machen als Preisträgerin. Ja, wieso? Weil du, ich glaube, die ganze Palette so von so einer, ich sehe dich so sanft zittern. So tremulierend. Oh, ne? Nein, nein, also ich sehe mich schwitzen, stark zitternd und ja. Echt? Ja, also eher alles, was nicht elegant ist. Ah, nein, nein, nein. Und über mein Kleid stolpernd, wenn ich denn, also. Da gibt es natürlich Jennifer Lawrence zu toppen vom Oscar, ne? Hast du es gesehen? Mhm. Und dann kam mir noch Jack Nicholson hinterher, hat sie angegraben. Während eines Fernsehintervors. Das muss man auf YouTube angucken. Das mache ich auch. Jack Nicholson, Greg, Jennifer Lawrence. Also wenn ich falle, dann wird Jack Nicholson mich auch angraben? Nein, dann wird er wahrscheinlich Mario Adolf. Der deutsche Jack Nicholson. Ja, der deutsche, der beste der deutsche Jack Nicholson. Armin Rode? Ne, auch nicht. Haben wir einen? Ne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu Besuch warst. Ich mich auch. Ich drücke dir sehr die Daumen und wünsche dir eine tolle Veranstaltung. Friederike Kempter, meine Damen und Herren.